In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie Sie sich ein Luftbild bzw. eine Karte Ihres Reviers auf der Wildtierkatasterseite im Internet anfertigen können. Auf der Startseite gehen Sie wieder rechts auf Anmeldung und geben Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Dann sehen Sie wieder Ihr aktuelles Revier und gehen unten auf Todfunde. Die Karte Ihres Reviers wird geladen. Dann gehen Sie hier im Bereich Drucken auf den mittleren Button, klicken da einmal drauf und eine Karte wird erstellt. Mit Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich dieses Fenster und Sie können unter Grafik speichern unter Ihre Grafik speichern. Ich mache das hier mal auf dem Desktop. Speichern. Jetzt zeige ich Ihnen, wie Sie ein Luftbild erstellen. Gehen Sie hier links, auf Luftbild, setzen hier ein Häkchen, entfernen das Häkchen bei Topografie durch ein Klick auf die Maus. Jetzt müssen Sie hier auf diesen Pfeil klicken und aktualisieren Ihre Karte. Wieder durch den Klick auf den mittleren Button bei Drucken wird Ihre Karte erstellt. Sie drücken wieder auf die rechte Maustaste. Es öffnet sich das Fenster und wir speichern diese Grafik auch mal auf dem Desktop. Desktop, Speichern. Hier wurden die Karten jetzt abgelegt. Durch einen Doppelklick können wir diese öffnen. und unter Drucken und unter Drucken auf unserem Drucker ausdrucken. Einmal diese Karte und auch das Luftbild. Vielen Dank.